Girls' Day bei der Audi AG. Aber was ist das eigentlich? Girls' Day ist ein deutschlandweiter Zukunftstag für Mädchen, den es seit dem Jahr 2001 gibt. Und wir, die Firma Audi, beteiligen uns von Anfang an daran. Knapp 300 Schülerinnen nahmen 2014 daran teil. Fleißig wurde gesägt und gefeilt. Das Ziel? Die Mädchen haben bei uns die Möglichkeit, an diesem Tag die Berufsausbildung hautnah zu erleben. Zum einen erhalten sie Informationen über die Berufsausbildung, bekommen Führungen hier durch unser Bildungswesen und dürfen selber Hand anlegen und praktische Werkstücke erarbeiten und selber bauen. Viele der Audi-Azubis schlüpften an diesem Tag dabei selbst in die Rolle des Ausbilders. Es macht echt viel Spaß, sein Wissen weiterzugeben. Man weiß halt, was man in drei Jahren jetzt schon alles gelernt hat. Das ist mein erstes Mal im Girls' Day, aber Praktikanten hatte ich davor schon ein paar Mal. Und die bauen auch dasselbe, den TT. Den man zur Belohnung dann auch mitnehmen durfte. Das kommt an. Man kann auch selber Werkstücke machen und wie sie halt so arbeiten können. Vielleicht waren einige der heutigen Auszubildenden bei Audi vor ein paar Jahren ja selbst noch auf einem Girls' Day im Werk. Und haben sich dann für eben diesen Beruf entschieden.